Hallo ihr lieben Zuschauer, hallo hier ist der Blacky mit Zelda Ackermin of Time, Master Quest, balabababam. Okay, ich sammle nochmal schnell Robine und dann mach ich mich auf den Weg in die Schießbude und hier ist ein Opa und da ist eine Oma oder andersrum und hier haben wir Frau und Mann oder so. Ja, naja, ich denke mal ihr wisst was das ist oder... keine Ahnung. So, jetzt sind wir hier in der Schießbude und wir gucken uns mal den Typen an, der hat keine Beine und der hat komische Fingernägel und der ist behaart und ach, ich quatsche einfach doof an und dann, ne. Irgendwie würde es schon hier laufen, so Pam, ich werde einfach mal probieren hier alles cool zu treffen, äh, Pam und Pam und gleich wieder Volltreffer. Und Pam, Pam, yeah und jetzt Pam und Pam, ich hab alles getroffen, ich bin ein Geister, also was haben wir jetzt so? Yeah, du hast die Munition, jetzt können wir 50 Dekokerne bewahren. Oh mein Gott, ist das eine Ehre. Äh, ne echt, das ist richtig geil. So, jetzt geh ich mal einfach, au, was will denn die, äh, Hühner, Hühner jagendes Mädchen hier. Stress machen oder was? Ne, kein Plan. Oh, Marlon ist hier. Link, hier entlang. Scheiß Eule, lass mich in Ruhe. Äh, äh. Äh, Leute, ich mag die Eule nicht. Ich, oh Mann, nein, du musst dich nicht, nein, du musst, nein. Scheinst die Gabe der Weiße zu besitzen. Viel Glück. Ja, hau ab und lass mich hier in Ruhe, ey. Scheiß Eule. Okay, da haben wir Marlon. Hallo Marlon, Schatzi. Äh, lol. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Würdest du doch meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies ja nicht. Bewahre es warm und sorgsam auf, du wirst es gebrauchen können. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Ein seltsames Ei. Es scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert. Ja, wir haben jetzt ein Hühnerei. Oh mein Gott, sind wir cool. So, und da ist ein Baum. Ja, was habe ich an dem... Okay, das habe ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt. So, Baum, Attacke. Ah, eine goldene Skuldula. Äh, jetzt gehört sie uns. Geil. Okay, ich werde mich einfach mal schon mal auf den Weg zu Schloss Hyrule machen. Äh, ja, irgendwie sowas, ne? Ne, ne, ja, irgendwie. Irgendwie so mache ich das schon. Ich hab's drauf, ich kann das. Ich werde's können, ich werde's machen können, müssen. Ist egal, äh, ich labere natürlich wieder nur Mist. Und ich schleiche mir jetzt hier an den Soldaten vorbei. Äh, nein, hier hinter euch rennt kein komischer grün bekleidet der Junge lang. Nein, nein, nie im Leben. Ähm, so, und da hinten haben wir so eine Klettermauer. Klingt komisch, ist aber so. Okay, so, lalalala. Wir laufen und wir laufen und wir laufen und wir laufen und wir klettern und wir klettern und wir... Äh, was ist das, was haben wir gerade gemacht? Wir bringen uns hoch, irgendwie so. Ich mach einfach mal böse Sachen. Äh, yeah, Robine. Und da kommt... Yeah, irgendwas war da, aber... Was genau, weiß ich nicht. So, ich werd einfach mal hier lang und... Robine holen! Nein, nein, Robine, nicht verschwinden, nicht verschwinden! Oh! Och, Mann, scheiße, der Robine ist weg. Ey, ich find das jetzt echt nicht toll. Na gut, gucken, gucken, was hier ist. Was ist hier, was ist hier? Och, Mist, ey. Na, 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 na. Okay, ich glaub, ich muss euch noch bis zum nächsten Tag unterhalten, damit wir diesen Kerl aufwecken können, ey. Sonst sowas Tolles, ey. Na gut, kann ich bis es... Bis der nächste Tag anbricht, kann ich ja dann schon mal... Äh, Sachen machen? Ne, keine Ahnung, äh, bis der... Bis der nächste Tag anbricht, kann ich schon mal hier so die Kisten alle vorschieben. Denn das wär ja auch nicht schlecht. Äh, auch keine schlechte Idee. Denn wenn's jetzt hell wird, dann können wir den Typen wach machen, und dann können wir gleich rein da. Ja, genau, so können wir das machen. Also, jetzt ist der Kerl da total eingekesselt hier. Uh, yeah. Wasser, Wasser, ja, baden, 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 blah, 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 blah. Ach, wie schön, ich bin kleines Kind und plante schon Wasser. Wow! Okay, ne, ich geh mal lieber wieder hier so, ne? Ja, das ist irgendwie cool hier so, so ein kleines Becken. Hu, 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 hu. Lol, schaut euch das mal an. Das ist doch voll geil. Hier läuft das Wasser runter. Und. Das ist doch zu geil. Ey, echt geil, Mann. Ich liebe diese Grafik und alles mögliche. Ey, zu geil. Uh. Okay, jetzt haben wir nachts. Vielleicht ist jetzt ein Skuldrider drinnen. Einen Versuch kann ich schauen. Ja, Mann, ich bin der mit Steckern kämpfende Junge. Okay, nix da. Hu, hu, hu. Na gut, äh. Ich spring einfach mal hier ins Wasser. Und vielleicht gibt's ein paar Robine. Yeah. Oh cool, fünf Robine, geil. Und Leute, es wird Tag. Es wird Tag, 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 Tag. Ich röste schon mal das Ei aus. Ja, ich röste das Ei aus. Und wir klettern hier hoch. Balababababam Äh Schmr Grummel, muss mich beeilen Wow, ein Eisgeschlüpfter Kikereki Was zum Teufel, kann man denn nicht mehr für eine Sekunde die Augen zu machen? Hallo Äh, hallo, wer bist du? Also ich bin Talon, Besitzer der London Farm Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern Als Milchkurs ausruhen wollte, muss ich mir eingeschlafen sein Was? Mal und sucht nach mir, da bekomme ich wieder Gehörigen, ja egal Ja, dann renn los, renn los Äh, lol, jetzt rennt er Pah, der Typ ist aber zu geil Ey, ich liebe diesen Kerl, man Er ist so cool, na egal So, alles klar Ich gehe jetzt rein ins Schloss Ich schleiche mich da jetzt rein Ja, ich bin ganz schlimmer Finger, ich schleiche mich in irgendwelche Schlösser So, Pam Und dann noch die Kiste Wuh Zack Und dann hier noch ein Stückchen schieben Na, 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 na So, und, zack Wuh Und ab da rauf Und, zack Wir sind drinnen Balabababam, balabababam Oh mein Gott, wir sind Einbrecher Ja Yeah, Bokow Okay, jetzt schleichen wir uns hier mal durch Hallo Ja, ich hab dich auch lieb, du komischer Ritterfuzzi La, 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 la Na, na Na, na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Ha, ha, ha Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, Ritter, Rittertypi Wuh Wuh Oh mein Gott Ja, los, renn weiter Lala Lala Ach, nö, oder? Äh Lol Ich renne einfach vorbei Nicht schlecht Ähm Okay, wie mach ich das hier am besten? Äh, ich geh mal hier lang Mit dem Typen und dann Äh Ja, los, beweg dich Beweg deinen Arsch Los Waa Okay Nö, 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 nö Okay, wir sind hier bei Oh, wir sind gleich bei Zelda Ist das cool Waa Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier Nein, nein, nein Hier ist nur ein kleiner Junge mit dem Schild Und ich schleiche mich ganz schnell rein Waa Na, na Na, na Na, na Na, na Na, na Und wir sind bei Zelda angekommen Da hinten steht sie Burghof Okay, ich erlaub mir noch einen kleinen Scherz und Oh, seht mal das Yoshi Und Peach Und 20 Rubine Und wartet, ich geh noch ein Stück nach hier Und schau da rein Bosa und Mario Ist das nicht toll? Und dann schieße ich mal da rein und dann kommt da so ein böser Ritter Peng Da, da ist der Ritter Hey du, mach keinen Ärger Oh, scheiß Bombe hier Waa Yeah Okay, Leute Im nächsten Video spreche ich mit Zelda Mit Prinzessin Zelda Woho, Zelda, 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 Princess Yeah Äh, okay Und Link ist müde, langweilig, keine Ahnung, ist mir egal So, ich verabschiede mich jetzt bei euch Und sage bis zum nächsten Video Tschüss